100 Jahre internationaler Frauentag und wir dürfen dabei sein, wir Männer. Liebe Frauen, es wird ja in diesen Tagen immer wieder davon geredet, gerade jetzt, dass doch der Krieg der Vater aller Dinge sei. Ich möchte mich daran nicht beteiligen. Was ist das Gegenteil, wenn der Krieg der Vater ist? Die Mutter, sie ist der Frieden. Und bitte nicht vergessen, liebe Männer, die Mütter haben uns geboren. Schon aus diesem Grunde. Lieben, herzlichen Dank allen Frauen auf dieser Welt.